So, willkommen zurück zu PS2, den Spiel mit de-spawnenden Gegnern. Oder Begleitern. Vielleicht lebt Biff ja auch noch in den anderen Universen. Vielleicht ist Biff nur bewusstlos geworden, hat jetzt gesagt, er hat keinen Bock mehr und rennt wieder zurück. Ich könnte auch sein, oder? Ich renne mal kurz nochmal hoch zu den Drachennigern, vielleicht steht er da rum. Ach, guck mal, ne Fackel. Das war bestimmt Denn, der Arme. Ach, Menno. Ob Biff mich jetzt als Biff Rüger bezeichnet? Naja, hab ich gesagt, hier für die Hälfte des Loots darf man mitkommen. Ich verstehe, ich muss Begleiter nicht so ganz. Also, das Ding ist die Mechanik von Gothic 2. Das sieht so aus, als wäre er weg. Oder, Kion, Hogan, Gorn. Okay, Biff hat es hinter sich. Naja, schade für ihn. Ich verstehe Begleiter in dem Sinne halt nicht. Weil die sind halt, dadurch, dass das Zielsystem von Gothic halt so Banane ist, kannst du halt unmöglich deine Begleiter verschonen. Das Problem hatten ja auch viele andere Spieler derzeit. Ich erinnere mich an Morrovin, da haben dich, glaube ich, die beschworenen Kreaturen sogar angegriffen, wenn du die angegriffen hast. Gut, das war teilweise auch dafür, dass du die... Die haben, glaube ich, sogar was gedroppt, oder? Haben Morrovin die beschworenen Fier was gedroppt? Also, zumindest konntest du die angreifen und du bist doch dann gelevelt. Und einfach deswegen, weil, Morrovin, du an alles gelevelt bist. Und wenn du einfach Feuerbälle in die Landschaft gehauen hast, bist du halt auch gelevelt. Und dann hast du halt XP fürs Benutzen gekriegt. Deswegen ist man auch die ganze Zeit Duckjumpen, da eigentlich durch die Gegend geflogen, weil es halt Agilität gelevelt hat. Sehr praktisch. Na gut, die Warane sind weg, aber leider ist auch nichts Neues an der Stelle gespawnt. Vor allem auch keine Leiche vom Biff. Schade. Na gut, dann, äh... Ich glaube, Snapper konnte ich, habe ich eins und so tot gekriegt, ne? Die sind sogar richtig gut tot. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die machen sogar so wenig Schaden mit meiner neuen Rüstung her, dass die, glaube ich, auch einfach alle drei im Nahkampf hätte erhauen können. Na, das war schon mal eine Verspendung. Na gut. Das ist eigentlich krass, wie die Gegner eigentlich, obwohl ich persönlich nicht so das Gefühl habe, wie ich stärker geworden bin, doch einige Gegner doch deutlich schwächer geworden sind. Da vorne hat es einen Ork. Und welche Wölfe? Oh, fuck. Oh, das war knapp. Was, kannst du was vergessen, dass ich irgendwie Orks jemals irgendwie so tot kriege? Ich nehme halt überhaupt keinen Schaden von physisch. Ich mache halt... Oder ich mache halt so viel zu wenig Schaden. Ich meine, die halt irgendwelche Feuerbüllungen... ...über Ohren hauen, das ist halt total einfach, aber sonst kriege ich die halt echt nicht tot. Ich glaube, die wagen. Feuerball, kein Problem, aber ansonsten... Was ist das hier? Nein, ich bin Blut. Hier liegen auch schon irgendwelche coolen Sachen rum. Ruh, Trank, Ring. Ich habe wahrscheinlich nie rausgekriegt, was für ein Ring das gerade war. So viele Dinge, die ich da von bei habe. Sieh, sie solltet ihr vielleicht mal Ringe verkaufen. Lebensenergiebonus plus 40. Wer auch immer fragen, guck mal, ich habe es schon wieder vergessen. Amulett der Priester, Krieger... Ach ja, das Auge innen aus. Posiert volle Energie. Ja, zum Beispiel das... Amulett der Flammen kann, glaube ich, auch weg. Das brauche ich nicht. Ring der Heiler. Ring der Krieger. Ring der Astralenkraft. Mana Bonus plus 10. Wow. Da kann ich zum Beispiel die beiden Ring der Magie schon verkaufen, weil ein Ring der Astralenkraft ist besser als das. Ring der Gewandheit geschicke ich als Bonus. Na gut, so statische Werte ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dieser Ring gehört mir. Ring der Kraft. Plus 3 Stärke. Gürtel der Kraft. Hm. Gürtel des Schutzes. Hm. Frage ist, jetzt zählt meine... Zählt das Ding hier als Magierroh, was ich anhabe. Das Blut, da steht da, liegen bestimmt coole Sachen. Ja, so ist es ja auch. Da lag ja auch ein Ring der Magie, glaube ich, der halt so 10 Mana bringt. Aber auch schön, ich habe einen Teleport-Zauber auf irgendeiner Taste. Was ist denn hier mein Eisblock? Ne, das kann ich vergessen. Nein. Die sind erstaunlich empfinde ich gegen Eis, also deutlich besser als Dings. Ich frage jetzt mal Blitz aus, weil da hieß es ja das könnte eventuell auch gut sein. Das ist schon wieder ins Mana geht, die ganze Operation hier, ne? Ist das ja eine Magier rüberkehlt. Oh, fuck. Wir haben ein Problem. Oh, das ist so dumm. Das ist halt echt dumm. Das hasse ich. Ganz ehrlich, was soll denn das für eine Scheiße, dass ich Gegner nicht treffen kann, die direkt vor mir stehen. Vor allem kann man Gegner treffen, die direkt vor einem stehen, solange man die nicht... Ich will diesmal ja nicht mehr wissen. Also das würde super funktionieren. Das Problem ist bloß, der Blitzschlag braucht so... braucht dermaßen so... braucht so viel Mana. Hallo? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Weißt du, du kannst vor allen Dingen... Ich kann diesen Snapper treffen, wenn ich jetzt den anderen anvisiere. Das ist halt behindert. Aber wenn die Viecher ein Stück den Berg runter stehen, ist das auch alles überhaupt kein Problem. Wo ist denn der dritte Snapper? Jetzt ist er auch schon tot. Hä? Hier oben. Wenn die Viecher den Berg runter stehen... Das ist natürlich doof, dass die sicherste Taktik für mich immer noch ist, einfach mit Eisblock zu eröffnen. Das Problem in diesen Spielen ist meistens, dass sie damit weit gelöst zu werden. Ach du Scheiße. Alter, sind das viele! Ähm... Das könnte hier böse schief gehen. Nichts zu holen. Also ich stelle fest, die Anwesenheit von Drachen versorgt auch die Drachensnapper-Population. Haben wir jetzt noch was Wertvolles bewacht? Oder stehen hier einfach nur rum, weil sie langweilig ist? Oh, ein Feldknüterig haben sie bewacht. Na gut. Dann wollen wir mal großzügig die 2000 XP, die die gebracht haben, annehmen. Dann wollen wir noch mal... Wurde ich mal zufällig die XCOM 2013? Ich weiß, ob das für die neue Technik die Alien-Bars angreifen muss. Nein. Ich wollte immer mal XCOM spielen, beziehungsweise XCOM 2. Ich bin nie dazu gekommen. Da ist nichts zu holen. Aber weil es halt so ein Spiel ist, das relativ langwierig ist. Ich hab X... Ich hab Syboro gespielt, was überraschend gut war. Es ist halt kein klassisches XCOM, aber das... Ich mochte dieses Setting, dieses... Alternative, leicht ein bisschen mehr Technologie als normal, 5-Zegara-Setting. Das war nicht ganz cool. Da hätten sie 3 Rocks. Na gut, ähm... Der Flammensturm ja grad schon so gut geklappt hat. Ich möchte grad feststellen, dass grad einer der Feuerbälle getroffen hat. Warte... Ja, guck, funktioniert. Nichts zu holen. Was auch immer das grad war. Dann kommt Byro wieder auf die Liste. Ich hab auch ein Let's Play, du musst das gar nicht selber spielen. Du kannst das auch 1 zu 1 bei mir gucken. Das ist gar kein Problem. Musst dir das nicht antun. Das hat nicht so viel Entscheidungsfreiheit. Doch, es hat Entscheidungsfreiheit. Aber nicht so viel. Wie jetzt? Der Org-Krieger hat was bei? Der auch? What? Das sind noch nen netten Sub-Person-Shooter. Ja, da gab's schon... Das hatte doch schon seine 10. Ach, wie das Mana wieder nicht reicht für... Das Mana reicht die für Selbstheil. Ich hab dann bestimmt noch so ein paar Pflanzen, die ich essen kann. Ah, die ist vielleicht zu groß. Aber hier, guck mal. Vorher in der See. Das sollte ja nicht reichen, oder? Mich gegen zu heilen. Ich glaube, ich hätte wesentlich mehr Spaß, wenn ich einfach nur als Paladin spielen würde. Weil dann könnte ich halt mich... Dann könnte ich diese Heilzauber halt ordentlich nutzen. Und würde das Mana halt wirklich nur für Heilung... Also so für Heilung nutzen, das wäre halt wesentlich besser. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen auf meine Tränke. Wie hab ich denn noch so? Uh. Also Heiltränke werden echt knapp. Dadurch, dass ich halt im Kampf mal gerne gleich so 20 Stück trinken muss. Weil, wie kloppt die Tasterhemmer? Gehen die anderen schon weg? Mana Tränke? Uh. Mana Tränke sind auch nicht gut aus. Das Ding ist, die Anzahl der Tränke im Spiel ist endlich. Ich wär da bei guten Punkten... Muss ich mir jetzt echt überlegen, um wie zu sheeten, ne? Um wie mit den Tränken noch wieder klar zu kommen. Ja gut, dass die diese Hülle hier bewacht haben. Ich kann mir halt auch nicht so richtig vorstellen, wie ich noch stärker werden soll. So, da hinten liegt noch eine Leiche. Warte mal, die Drachen... Die normalen Snapper müssten eigentlich... Angsthaft? Wie hat denn der das überlebt? Yay. Als Paladin hättest du halt weniger Runen. Ich hätte aber die heile Rune als Paladin. Ach Scheiße. Wie habt ihr mich denn gesehen? Nein! Ihr beraubt mich meines Luts, ihr Penner! Ist das nur einer? Ist das nur einer? So ein Ork-Krieger ist so ziemlich das Maximum an Anzahl an Gegner, die ich so im Nahkampf totkriege. Was ist denn jetzt aus dem anderen Ork gewonnen? Hier war doch grad noch einer. Ist leider nicht allein. Reicht's noch für ein Eisblock? Ich guckte erstmal die Snapper. Ich würde mich bestimmt gleich mega erschrecken, wenn der komische Typ aus seinem Loch da rauskommt. Was ist denn überhaupt von... Hä? Ach das ist ne Höhle. Ich hab da gerade wo noch Rune gehört. Hm. Ist natürlich sehr interessant, dass es hier so ne Höhle gibt. Und die wo hinführt? Ach da hinten ist ein Paladin, oh Mensch! Das ist jetzt bestimmt nicht wichtig. Ein Ohr kriege ich anscheinend im Nahkampf tot. Dann machen wir das. Oder ist hier hinten dieses komische Minenlager und ich bin jetzt irgendwie gerade im Kreis laufen. Oh das könnte knapp werden. Wenn der Bogen trifft, macht der eigentlich ganz gut Schaden. Naja mach mal was. Jaja, genau den Biestern. Die Heiligungsrund von Paladin kostet noch mehr Manna, wenn ich mich... Was? Ne, also die Heiligungsrund die ich hab, hab ich nicht selber gecrafted, die hab ich gefunden. Das könnte solches sein, dass ich für die tatsächlich mehr Manna bezahle. Aber ich glaub nicht, dass die Unterschiede sind. Die hier kosten 25 Manna und Heilkraft 400. Und ich hab halt irgendwie... Wie viele Lebenspunkte? 476, also fast voll. Hier unten ist übrigens ein Belial Tempel. Was soll ich sagen? Ich dachte doch, ich hätte hier unten gerade ein Ork gesehen. Oh. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Hm. Okay, Waage mit Nahkampf kaputt zu machen ist ja richtig dämig. Ja. Die Ausbildungsrunde kostet nur... Das x2 kostet nur nötig. Ne, je nach Level. Das kostet halt immer mehr. Die Chance ist übrigens hoch, dass ich an diesen einen Barg sterbe, wenn er mich totkrittet. Für ein Eisbockmobil der alles. Was soll ich denn sonst machen? Ich kann ja nichts! Das ist... Ich hab ja wirklich... Wortwörtlich keine andere Möglichkeit, als die Gegner tot zu Eisblocken. Okay, jetzt verstehe ich übrigens noch weniger, warum hier so ein Loch im Boden war. Weidenbeere. Eine einzelne Sprolle. Eine Armbrust. Aber halt ein Tempel von Belia. Hm. Ein bisschen schreien. Ich glaube, da gibt's als Miliz-Söldner andere Punkte außer als Magier. Ach so? Ist denn... ist denn Stärke billiger oder was? Oder kostet mich deswegen Stärke jetzt mehr als vorher? So, das sind nur noch 15 Ritter, ne? Mit Inors Hilfe werden wir die bösen Kreaturen von hier fernhalten. Ach, das ist der einsame Ritter, oder? Der hier, äh, das ist das eine Lager noch bewacht. Oder? Ne, das ist das Lager. Das ist das Lager, wo es vor allen Dingen kein Bett gibt. Wo sind das jetzt hier mehr? Also jetzt gibt's hier gar keine Bauarbeiter mehr. Gibt's jetzt hier mehr... Also Gräber gibt's jetzt hier. Flügel? Das sieht Inors bestimmt voll gerne. So, äh... Stärke teurer oder von Mana billiger? Das Ding ist aber... Mana billig bringt mir halt relativ wenig. Toll, danke Inors. Das war doch Rufus? Nein. Okay, bringt das irgendwas, das öfters zu drücken? Nein. Okay, also Inors Dank fürs Gebet. Ich würde gerne diesen Lederbeutel hinter Inors plündern, wenn's geht. Ach, hier liegt da noch mehr Zeug. Spruchrolle. Ja, aber warte, dieses ganze Krempel immer hinter den Schreien auch. Huh. Null Gold bringt nichts. Doch, ich hab' ich schon... Ich wurde schon voll geheilt für Null Gold. Aber wie sieht das nicht so aus? Wird hier noch irgendjemand was abbauen? Ach nee, doch, da hinten ist noch einer. Oh, ne Spitzhacke. Sehr gut. Gab's denn hier vor dem Bett? Bin ich woanders? Ich bin woanders! Hier war ich noch gar nicht. Moment, dann... Wollen wir noch mal... Uns diese Truhe hier annehmen. Ähm... Links. War falsch. Rechts. Nein. Links. Links. Ach. Ah. Ah, 50 Gold und ne Inors Statue. Und ne Extrakter Heidung. Die Inors Synchro war über Rufus. Ich glaub' nicht. Die Firma Inors Dank? Ja, mir auch nicht. Was hab ich grad gesagt? Rechts. Links, 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 links. Na gut, äh, läuft's auch. Guck mal, hinten haben wir noch einen Heiltrank. Das... Was ist das hier für ein Totenkopf-Spruch? Das hab ich nicht eigentlich... Ich sammle die ganze Zeit irgendwelche Spruchrollen ein. Ohne mich darüber großartig eine Platte zu machen, was ich da eigentlich einsammle. Totenkopf ist Skeletterschaft. Ah ja. Guck, das ist jetzt eher so mäßig sinnvoll. Ich könnte noch zwei kleine Feuersturmspruchrollen benutzen. Ja... Großer Feuer war ich mit über sechsmal. Wow. Hallo, Fäckermann. Das Ding hat diese Rollenzauersprüche, die waren halt nicht mal am Anfang gut. Und die sind seitdem nicht besser geworden. Haben die noch was motiviertes? Auch noch mal später. Sehr gut. Und Bier. Und... Dieses Klopp-Geräusch, ne? Von diesen Adern hier. Das ist... Genau das gleiche hatte Dungeon-Keeper. Exakt das gleiche. Ich bin mir sicher. Hey, du. Du? Wer hätte gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen würden. So wie es aussieht. Haben wir es wohl beide verstanden, am Leben zu bleiben. Und wie du siehst, bin ich dem Schürfen treu geblieben. Wer... Wer ist er denn? Was macht die Arbeit? Dieser Fels ist verdammt hartnäckig. Fast so, als würde er sich dagegen wehren, dass wir uns das Erz holen. Er wehrt sich. Na gut, ähm... Gut, das ist, äh... Er hat schon viele Beutel geöffnet. Ja, genau. Oh, ein Schiffling. Lass mich in Frieden, Mann! Ja, gut, das ist wahrscheinlich nicht so ein geiler Job. Stimmt, ich habe schon sechs oder sieben Beutel geöffnet. Das Problem ist halt, wenn ich die Beutel... Scheiße, das ist hier auch noch nach. Das Problem ist halt, wenn ich die Beutel öffne, dann... Dann hatte ich zumindest am Anfang die Angst... Dann hatte ich zumindest am Anfang Angst, dass mir die Leute das Geld klauen. Das ist ja doof. Also wenn ich dann bewusst zu sich schlagen würde, dann... Dann rauben die ja meine Leiche aus. Oder generell... Irgendwelche NPCs zwischen dich, wo ich zum Beispiel die frage, ob ich nicht was spenden möchte. Und die so... Nein! Dann hatte ich aber keine Wahl. Und musste trotzdem spenden. Und das war halt doof. So, na gut, wir gehen uns mal zur Burg. In der nächsten Folge.